Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Heute habe ich Geburtstag und ihr, meine Community, habt mir das beste Geschenk gemacht. Denn seit gestern oder vorgestern hat dieser Kanal stolze 200 Abonnenten. Und sowohl mein Geburtstag als auch die 200 Abonnenten müssen gefeiert werden. Und da habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal, in diesem Video, welches ich nicht schneiden werde, 200 Mal zu rülsen. Das ist das große 200 Abonnenten und Geburtstags-Special. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich habe mir ein bisschen Hilfestellung geholt von ein paar Cola-Flaschen. Mal schauen, ob mein Vorhaben klappt. Los geht's. Nummer 1. Ich mache hier übrigens eine Strichliste, damit ich nicht durcheinander komme. zwei, drei, vier, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht, neun, zehn, Nummer 11. Nummer 11. Zwölf. Zwölf. 13. Ich mache mal kurz die Tür zu, dann packt das vielleicht besser. 14. 14. 15. 15. 16. 15. 15. 15. 18. 19. 20. Kurze Pause machen. Erstmal eine Schluck eisgekühlte Cola trinken. 20. 20. 21. 20. Luft holen. 22. 23. Das war ein Kohlerwülps. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ist schon ein bisschen anstrengend. 31. Jetzt halt auch noch so Brennen. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Das springt echt an. 38. Kurz Pause machen. 39. 40. 41. 41. 42. 43. 44. 45. 45. 46. 47. 48. 49. 49. Oh, mir läuft schon der ganze Speichel in den Mund von lauten Größen. 50. 50. 51. 52. 52. 53. 54. 55. Sechsundfünfzig, siebenundfünfzig, achtundfünfzig, neunundfünfzig, sechzig, einundsechzig, zweiundsechzig, ein sehr leises Dreiundsechzig, vierundsechzig, fünfundsechzig. Ja, jetzt werden die Rützer bestimmt nicht mehr so gut. So, fünfundsechzig Rützer geschafft, oder fünfundsechzig fehlen noch? Ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Ein sehr leises Sechsundfünfzig, siebenundsechzig, Achtundsechzig, ein sehr gutes Neunundsechzig, siebzig, siebzig, einundsiebzig, zweiundsiebzig, dreiundsiebzig, vierundsiebzig, Neunundsechzig, siebzig, siebzig, achtundsiebzig, neunundsiebzig, Achtzig. Achtzig. Zweiundachtzig. Dreiundachtzig. Vierundachtzig. Fünfundachtzig. Sechundachtzig. Siebenundachtzig. Achtundachtzig. Neunundachtzig. Neunzig. Neunundachtzig. 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 96, 97, 98, 99, 100. So, jetzt mache ich eine kurze Pause. Das nutze ich jetzt einfach mal, um noch ein paar Leute zu grüßen. Grüße gehen raus an Hagen, Johnny XD, Röpsakarmat Emil, Jonas Amor, Tom Besen, Gust Emilio, Lauren Napf und Johannes Pistos. Wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, schreibt einfach in den Kommentaren ein Hashtag Grüße von Flatti. Dann werdet ihr vielleicht auch in meinem nächsten Video gegrüßt. Und jetzt geht es weiter mit Röpsen. 101 102 103 103 104 105 106 107 107 109 110 111 111 112 113 114 114 114 115 116 116 116 118 119 119 120 120, 121, 122, 123, kurz eine Runde saufen. Und dann 24, 125 und dann 26. 127, 128, 129, 130. So, gleich geht's weiter. 131. 132, 133, 134, 135. 135, 136, 137, 138, 139, 140. 140. 140. 141. 141. 142. 143. 144. 145. 145. 146. 147. 148. 149. 149. 149. 155. Nur noch 50 Gröbzer. 151. 152. 151. 152. 152. 152. 155. 155. 155. 156. 158 159 165 161 162 163 164 165 166 167 168 169 179 Nur noch 30 Gröbser 171 172 173 174 175 176 176 177 178 179 179 181 Kurze Verstaufpause 181 182 182 183 184 185 185 186 186 186 186 187 188 189 191 189 189 189 191 Mal schauen, ob da noch auf die letzten 10 Rülpser noch ein paar knackige rauskommen. 191 192 193 194 195 196 197 198 199 So, gleich der letzte. Okay, das war kein so guter 200. Ich wollte eigentlich nochmal einen richtig guten Rülpser zum Abschluss. Aber da war leider der Würgereiz im Weg. Schade. Aber immerhin, ich habe es geschafft 200 mal zu rülpsen. Und ich bin jetzt erstmal total kaputt. So, ich hoffe, euch hat das Video etwas unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, schaffe ich überhaupt noch einen Rülps. Ich versuche das mal. Oh! So, wir machen hier vier. Und wir machen, wir machen noch auf den Club. Dann machen wir mal hier zwei. Und dann können wir das Video über drones zusammen. Und wir machen. Und wenn wir lesen. Vielen Dank.